hallo liebe leute hey was habe ich gesagt ja der team hat mich schon wieder aus dem bild gekloppt man gehe nicht heulen komm schon leute man mal verpiss dich jetzt ich war diesen baum ab sucht den eigenen baum such dir das dein eigenes verkloppermoppa verkloppermoppa also ich gehe gleich mal in die höhle ja ich auch erst mal dieses dieser baum fällen und dann gehe ich in die fliege wo war die überhaupt gerade hier irgendwo um schöner eisen ja das baue ich aber ab das habe ich gefunden na ja was ist los okay ich wollte nur wissen ob du da bist also jetzt leider ist er da ha 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 ist übelst mir leisten auch ich komme jetzt gern gelungen gelungen jolo hier leute jetzt komme ich die titel schön 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 ein wildes tobias kommt ein bild ist eigentlich später machen wir ja auch die monster an ja mehr equip haben weil sonst sterben wir bloß die ganze zeit bloß und eben verlieren auch hunger aber dafür ist pvp an ja ok machen wir bald das hat man gemerkt hey warum bald aus können wir das nicht auch ausmachen sollen wir das nicht ausmachen pvp ist doch cool ja aber dann kloppen wir uns wieder ne wir sind ja gesittete menschen ist ja immer auf gamer sagst du ja echt sind wir doch außer du nein jetzt habe ich schon also morgen auf der insel unser großes haus dieses mal bei euch auch mit ihm ach wo mit ihm zusammen man wo ist diese riesige habe ich weiß ich wohl ich weiß auch welche du meinst aber ich habe auch gefunden ja komm jetzt wenn das scheiße nicht allein doch tschüss 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 niemand mag mag geben niemand mag dich doch ich was nix du magst nicht ich auch maksch ich dich auch na快 immer wohl zu ne mann du kriegst gerade einfach mal blieb band sich eigentlich zu가는 dings denk hoch so ein dings wird sollten doch was alter dahast hast du also ja okay was hast du eigentlich gegen mich, Tim? gar nix, man dachte schon warum du bist so ein cooler Typ, Alter? der war gut, Tim hey, wir machen so eine echt coole Brücke von unser Haus zu hier können wir mal machen echt große und echt cool wer baut unser Haus? ich aber jeder darf sich sein Zimmer eigentlich sein ja aber wir sollten vielleicht ein echt 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 großes Haus bauen warum? keine Ahnung ich hab nochmal Fackeln, also ich kann hier ein bisschen ausleuchten ja ich geh so weit unten wie ich kann echt die Höhle ist doch nicht so groß wer hat Musik? ja ey, die Minecraft Musik, die Ätz das ist mal so zum Kotzen, ne? hab sie ausgemacht ich habe gar nix an ich hatte die an ich hab nur die Minecraft Geräuche an wenn ich abbaue und so ich hab nur Blöcke irgendwas anderes aber das was ich nicht habe, das ist Musik und Wetter finde ich echt scheiß so Musik und Wetter ich mag Musik, also ich mag die Musik nicht, aber ich hab Wetter an weil es muss ein bisschen Realität ins Spiel sein, also im Spiel sein Alter, die Höhle, da ist schon überall Eisen weg ja ich sollte ja mein Eventar kieren ja ich komm hier immer an der selben Stelle raus, ne? ja, schön für dich geht er weg Marc, hör doch auf, ey ja komm, wenn, äh, wenn der Tim mich immer irgendwie schlagen will was soll ich denn anderes machen? Mann, was hast du gegen? ich kann nicht aufschlagen, ne? dann vielleicht Aua 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 Ok, sollen wir auch runtergraben? Ja, aber nicht, äh, direkt runtergraben Ne, ganz hier, hier, mach, mach Mann, ich will, sah man so groß aus Ja Ich mag, guck mal Wollte ich doch einfach gerade, also nicht gerade runter, aber so Treppenmäßig runter oder so, oder so Ja Das ist auch cool Und ich habe ein Stack-Cola Grab du dich weiter, ich, äh, leuchte hier immer aus Ja Alter, ich hab nur 15 Eisen Wo hast du denn die her? Ja, von Ja, von Ok Wie 3 Ok, wir sind da voll Du nimmst jetzt gerade auf, oder? Ja, ja Warum nicht? Ja, gut Ok, gut So, dann mach ich mal für die Zuschauer ein bisschen heller Ja Nur noch für die Zuschauer Oh Mann, ey, wann kommt deine Höhle? Also ich bin hier gerade wieder in der Höhle Sollen wir zu Tim gehen? Mal Ne, lass uns doch weiter runter graben Ne, lass uns doch weiter runter graben Dann müssen wir hier angefangen haben Ne, ich hab mich gefunden, ne Megaschlucht, Megaschlucht Ok Ok, dann lass uns doch da hingehen Gehen und nicht tepin Ok Ah, ich kann deinen Namen sehen, Tim Ja, ich auch Komm zu uns, oder buddel dich zu uns, meine ich Lieber um, sollte ich Ich fahre mir lieber noch Na? Ja Ok, du bist da Und ich habe dazu Echt, man Meine Spitze ist fast Warte Kaputt Hier Oh, hier geht noch eine Megahöhle einfach weiter Bitte Oh, oh, gefunden Ok, Marv Job Aua Alter Oh, alter Fall Eisen über So, ich bin noch das Gold Ach, da oben ist das Gold Perfekto Ich habe Gold und Eisen und Scheiß Das ist echt Marv, komm hier schnell Alter Das war ein krasser Sturz Ok, so Marv, Marv, kannst du mich helfen? Ja, ich kann dir helfen Ich komme sofort zu dir Nicht snicken, sonst will ich dich nicht Da ist Tim Sneakst du gerade? Nee, nee Ach, da bist du Echt viel Eisen hier, ey Ja Also so echt, echt Aber kannst du mir meine Spitzhacke wiedergeben? Ja, hier Vielen Dank Aber ich kann dir noch ein paar Sticks geben Für eine Brauchst du? Ja Ok, habe ich hinter dich geworfen Hast du dran? Bitte Eisenspitzhacke habe ich jetzt Gold Alter, du hast meine ja richtig Das war meine alte Ernsthaft? Ja Ihr komm noch mal zu mir Hier, du kannst diese kriegen Danke Dankeschön Wo komme ich bitte auf meine? Nee Mach dir eine Eisen Also guck, wie viel Eisen wir haben Okay Okay Aber jeder hat in seinem Zimmer seine eigene Dings Ach, ihr seid da drüben in der Hülle, ich bin hier in der Schlucht Cool Cool, wir kommen Aber Tim, wir haben grad echt viel Eisen und Gold gefunden Ja, sollten wir das nicht mitnehmen, sonst verlieren wir das alles hier noch Ich nehm das alles mal mit Redstone, ja, Mann Müsste ich eigentlich auch noch Redstone finden können Ja, ich hab grad Redstone gefunden Cool Okay, ich komm gleich zu euch, weil hier ist nicht mehr Ne, mach hier, hier wo ich bin Ja, wir, äh, ich buddel mich grad zu dir, Tim Ach so Hoffe ich jedenfalls Habe ich nicht ges... Wir sollen doch nicht zähpen Marfa hat's aber auch gemacht Ja Marfa hat's mir vorgemacht Ja, musst du's nachmachen? Nein, musst du nicht Ja, muss ich Hey, das ist mein Eisen Marfa, jetzt musst du sagen, geh doch heulen Nee, ich will ja nicht gemein sein Ich auch nicht Aber es ist trotzdem gemein, von jemand anderem das Eis zu klauen mag Nee, 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 ihr habt, ihr habt nicht Ihr, das hat, haben wir, hatten wir nicht Das war nur ich, ich, äh, ich hab so Redstone-Geräusche gehört Dann dachte ich, dass ihr das Eisen genommen haben Von meinen, aber da, ich hatte keine Ölfen mehr Da Wo sind sie eigentlich? Ach so, die hab ich abgebaut Falls wir die ver... Setz, setz bitte ein Und, äh, Kohle rein So, das hier noch Halbe Kohle wieder reinziehen, so Dann noch Gold rein Oh, ich hab Gold Ja, ich hab auch viel Gold Sollen wir das... Sollen wir das... Hier hinten müssen wir nicht mehr weiterlaufen, da ist nichts mehr Und da geht's auch nicht weiter Leute, Leute, sollen wir alles teilen, wenn wir zurückkommen? Nee, wir teilen nur, wenn wir wollen, weil das ist sonst scheiße Wenn... Aber wir beide teilen, oder? Ja, können wir Also, ich wohne ja bei euch auch mit, bloß, äh... Wenn man jetzt nicht teilen möchte, das wäre ein bisschen scheiße, weil... Naja, ich meine, wenn... Weil ich und Marv hatten, äh, Eisen uns so in die, ähm, in die Öfen gemacht, und dann wissen wir nicht jetzt... Ja, ich hab nur voll wenig Eisen, deswegen, das wäre sonst ein bisschen... Aber wie kommen wir jetzt zurück? Ach ja, wir haben ja gar kein Haus... Ja, hier ist noch mehr... Eisen... Ja, ich hab auch echt viel Eisen... Aber wenn wir Dias finden, dann... Egal, wer es ist... Ah, fuck, jetzt ist... Nein! Nein, komm... Komm bitte zu mir, ich hab kein Holz mehr, ich hab keine Werkbank... Und meine... Spitzhacke ist kaputt gegangen... Ja, ich komme, warte, warte, warte... Du siehst meinen Namen bestimmt, oder? Ja, vielleicht... Geh einfach einen Weg lang, einen Fackelweg... Da ist nämlich Eisen... Und das würde ich ganz gerne abbauen... Tim... Wo? Ja... Ja, hier ist noch... Alter, ist hier viel Eisen! Also, ich kann euch auch mal was geben, falls ihr Mangel von irgendwas habt, aber sonst... Ja, ich brauche Holz, ganz dringend... Ja, Tim, kannst du ihn schnell finden, vielleicht... Oder, das tun wir beide... Ja, ich sehe seinen Namen, das ist guter... Ich kann das... Aber bitte klau mir nicht das Eisen, was ich gefunden habe... Ja, da ist es nämlich richtig viel... Ah, hier, ah... Oh, alte Oma, alte Oma... Hier, hier ist noch ein Eisen... Und da unten ist auch noch richtig viel Eisen... Man, kein Holz! Stickies und Werkbank... Die Werkbank brauche ich aber wieder... Okay... Danke... So, jetzt habe ich ein Eisenschwert... Fuck, hier ist ja ein Lavasee... Ich mache mir auch mal ein Eisenschwert... Oh, hier ist ja Redstone, cool! Wie viele Levels haben wir? Ich habe sechs Levels... Cool! So, hier ist wieder die Werkbank... Ja, ich habe... Ja, ich habe... Oh, Tim, nimm bitte nicht das Eisen, was da ist, ja? Ne, ich habe die Werkstunde gefunden... Achso, gut! Das Eis hat mich extra markiert... Oh, ich bin gold! Hier, äh... Tim, hier hinten liegt wieder die Bergbank... Werf ich die runter? Ich kann sie bitte persönlich bringen, weil ich habe gerade keine Zeit... Ja, okay, mach ich... Ja, okay, mach ich... Sie liegt da zwar jetzt, aber ich... ...bringe sie dir sofort... Okay, danke, das wäre sehr nett... Oh, geiler Lavasee! Hm... Hab ich nie was schönes gefunden? Ja, sehr schön! Und sehr unheimlich... Gefährlich... Komm, komm, komm... Will ich verbrennen... Gold und Eisendeilu! Oh! Hilfe! Bitte nicht das Eisendeilu unten aufsammeln! Ne, ne, mach ich nicht! Achtung, Achtung! Niemals diesen Block hier abbauen! Da ist Lava drunter! Hoppla! Oh, Redstone! Also, ich gehe hier nicht normal lang! Ich liege hier lang! Ich lauf so YOLO! Hier, hier, Tim! Da liegt die... Alter, Mann! Bergbank! Hier, neben dir! Na, keinem hier! Hier! Da! Oh, unheimlich! Das Geräusch? Ja! Aber man kann... Kann sagen, gut, dass wir 1-7-10 spielen, weil... Ähm, dann... Da brauchten wir nicht, äh, Labis für, äh... Verzauberungstisch! Papai Labis! Ja, ja, aber... Aua! Holy Moor! Aua! Tim, hier ist Gold durch... gerade lang gelatscht! Ich weiß, es ist auch da drin... Ah, ja! Ich brauche auch 18 Gold, also ich brauche nicht mehr! Ich habe, äh, auch 18... Und ein klein wenig... Klein wenig mehr! Mhm! 20 oder so! Oh, jetzt habe ich schon ein Steck Eisen! Ich habe 17! Ich habe einen halben! Marv? Ja? Kann ich dein Eisen kriegen? Oh, hier ist der Labis! Ja, ich habe aber nicht gebraten! Nee, ist egal! Ich gebe dir die Hälfte! Und hier noch einen, äh... 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 Du bist ja gerade langgegangen! Mit deinem pinken Anzug! Und ich habe deinen Namen nicht gesehen! Weil es dort zu dunkel war! Äh... Gern, nimm Rolf! Also... Ist doch egal! Ja, ist egal! Hier geht's nicht weiter! Oh, hier hinten ist aber noch was! Ja, hier war ich! Fast! Oder ich war hier nicht! Fast! Ich war hier! Weil ich habe... Übelst krass viel Gold! So, ich, ähm... Ja, ich auch, äh... Ich guck jetzt einfach nach dir! Wie? Wie? Welche Höhe sind wir? Oh! Die perfekte Höhe! Redstone! Achtung! Hier könnte überall Lava sein! Ach, ich brate mir jetzt einfach schon mal mein Eisen! Und stört mal einer! Welche Höhe? Ach so, 14! Okay, dann mach ich mich jetzt nochmal! Oh! 12! Das ist doch die perfekte Höhe, oder? Ja! 11 und 12 und 13! Okay, greif ich jetzt auf 11! Hallo! Ich hab schon mal neun Dias, aber nicht in einer Ada! Oh! Achtung, Achtung! Was meinst du? Dias? Was? Hast du Dias? Aber ich hatte mal Dias, und ich hab die auf dem Grundgestein gefunden! Hey, Tobi! Wirst du bei mir gekommen? Na ne, du meinst du! Ja, hallo! Ey! Achso, ne, das ist Marv! Ey, Marv! Ich bin auch hier! Marv, hier ist mein Gang, Alter! Ja und? Darf ich doch auch benutzen! Ich weiß! Ich roll mal ein bisschen weiter! Ich sprit mein hier! Ach, ich benutze jetzt erstmal die kaputte, oder die nicht so gute! Dauert dann zwar länger, aber dann spare ich wenigstens ein bisschen! Ihr, hey Marv, warum baust du jetzt bei mir im Gang? Keine Ahnung! Boah, ich kann Lava hören! Ja, weil da auch die ganze Zeit Lava ist, du kluges Kind! Ne, hier! Eine neue! Ich habe ein neues gefunden! Und das wird jetzt einfach mal eine Stein-PBs! Könnt ihr mal kurz vorm Sneaken runtergehen? Ich möchte nur mal wissen, wo ihr seid! Ja, nein! Nein, weil ich grad... Ich bin grad bei Lava! Ich hab drei Level! Ich habe neun! Zehn! Oha! Lange her! Also ich habe gerade eine neue Höhle gefunden mit Lava! Cool! Nicht mal... Mal nicht... Sneaken! Ich möchte einmal wissen, wo! Ich nieke nicht! Mein Gang, äh... Folgen! Okay, mal gucken, ob ich ihn finde! Ach, da! Da! Äh... Der so komisch gebaut ist! Ah ne, das ist meiner, glaube ich! Ich... Äh... Ich... Ich weiß nicht, wo dein Gang ist! Ich komm mal! Ach, da, glaube ich! Hier! Mal! Ah, da! Ja, hier, hier! Hallo! Pass auf! Hallo! Hallo! Ich bin hinter euch! Au! Alter! Krippe! Junge, lass es ja! Dias! Dias! Hey! Dias! 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 Oh! Okay, okay! Warte, warte, warte! Hilf mir, hilf mir! Nicht abbauen! Nicht abbauen! Nicht abbauen! Nicht abbauen! Nicht abbauen! Den anderen darfst du abbauen! Ich geb dir den dir! So haben wir beide jetzt den Erfolg und ich hab dir den dir gegeben! Ja, okay! Du hast bei mir den Eintag auch einfach die Dias abgebaut! Doch! Wo ich wollte, dass du eigentlich ein Zwieser davon machst, wo ich gestorben bin! Da hast du die sechs Dias auch einfach abgebaut! Oh! Brauchst du den Gang? Ich stirb meiner! Was glaubst du, ich tu? Ah ja! Wie viele Dias hast du? Drei! Drei! Was? Ihr habt alle schon Dias? Ne! Er hat aber zwei! Achso! Ich bin aus Versehen reingelaufen! War nicht deine Schuld! Oh! Hier ist Wasser, glaub ich! Warte! Sag mal still! Ja, hier ist Wasser! Frage ist nur wo! Ja! Warte! Spieler! Ey, mach doch mal deinen Diahack an, dass du siehst, wo Diamanten sind! Wo B! Welche Tier hat Dingsbungs? Du meinst Eggshen? Du meinst Eggshen? Ja! Sag mal still! Hab ich nicht! Ich bin bei Wasser, ich bin bei Wasser! Tim! Ich wollte hier mal langlaufen! Ich bin bei Wasser, man! Wir gehen zu Tim! Ja, kein! Na zum Schluss! Ich will mal gucken! Hä? Wo hast du denn? Nur Tobi hat Dias, oder? Ja! Alter! Okay, ich kann nicht deinen Gang finden, Tim! Auch egal! Ich mied auch grad wieder, weil ich mich in Angst mit meiner, oder? Nicht, dass ich wie dein Lava falle, mit Fehler mache ich mir nicht. Nämlich nicht. Nämlich nicht. Warte! Ah, so dumm wie ich hätte man da auch erstmal sein müssen. Sollen wir das sagen, das war das wir jetzt und dann machen wir grad einen wieder? Ja! Also dann machen wir jetzt einen kleinen Cut und dann nehmen wir gleich wieder auf. Sagen wir Tschüss und dann wieder, ja. Was sagt ihr? Ja, okay. Einen kleinen Cut einfach. Ja, dann sagen wir Tschüss und wir haben Dias gefunden! Yay! Dias gefunden! Was? Dias gefunden! Hast du? Nein, du hast doch Dias gefunden! Ah, ja, ja, ich dachte du jetzt hast. Aber dann sag ich Tschüss und bis nächstes Mal! Tschüss! 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 봤им b toxins, es war ein혹, bitte?